Alle mal zu Heavy wechseln! Alle Heavy! Bis auf 2-3 Medics! Und schon wechseln sie alle Heavy? Okay, das war jetzt bisschen blöd. So, und jetzt hau die Kritz raus! Hau sie raus! Quack! Quack! Okay, kurz Safety-Post! Oh Gott! Hier sind viel zu viele Leute, guckt euch das mal an! Okay. Ja, konnte ich den jetzt töten! Okay, ich hab ne gute Strategie für die nächste Runde. Aber ich glaub, viel zu viele Zuschauer sind auch da. Weil die alle in mein Team wollen. Ist bisschen traurig, ich weiß. Aber, ja. So, so. Vorsichtig, vorsichtig! Äh, über! 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 Ach, der hat so einen Teil! Oh, ich bin... Nein! Oh Gott! Oh Gott! Komm, komm! Medic! 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 So. Wenn mein Endgame redet, dann folgen sie nämlich auch ein. Okay. So. Komm, wir gehen jetzt von hinten richtig sneaky. Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau doch rein! So, geht doch! Da hab ich mal so einen schönen Fünfer-Killstreak hingelegt. So. Und jetzt erschieben wir mal die Lore. Wo ist das Team? Wo seid ihr denn alle? Komm! Du-du-du-du-du-du. Was immer er auch grad gesagt hat, ich hab's nicht verstanden. So. Vielleicht sollte ich ein bisschen mein Team mir unterstützen. Okay. Bissl rückziehen. Rückziehen! Ah! Ah! Medic! Wo ist mein Medic? Medic! Okay, der hat... Der hat... Der hat einen Medic, aber ich nicht. Wo ist mein Medic? Komm her! Komm her! Dankeschön! So. Jetzt machen wir das ganz, ganz locker. Easy. Dann noch die Lore anschieben. So. Den sollte mal hier... What the fuck? noch schön Spawn campen. Das darf nie fehlen. Und... Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen! Das war's! Das... Ja, da ist auch gleich ein High Five Medic. Sehr schön. So. Und ich hoffe, wir sind jetzt wieder Angreifer. So, Leute. Wir machen jetzt was ganz, ganz lustiges. Alle mal zu Heavy wechseln. Alle Heavy. Bis auf zwei, drei Medics. Alle Heavy. Komm, das wird genial. Und schon wechseln sie alle Heavy. Okay, wenn wir das nicht... Also wenn wir das nicht schaffen, dann bringe ich mich um. So, ich muss noch meine schönen Kosmetik-Sachen anziehen. Da-da-da. Jetzt noch den epischen Ring. Oh, bin ich wunderschön. So ein Mafia-Camp mit so einem Heiratsring. Aber nicht... Aber nicht Red Bescheid sagen. Wir machen das richtig sneaky. Also noch nicht runtergehen, dass man euch nicht sieht. Einfach hier oben bleiben. Und dann rushen wir durch. Die haben keine Ahnung. Komm, wir gehen dann von hier. Hier oben. So, und jetzt alle mal... Hat irgendjemand Konga? Dann können wir ein bisschen Konga tanzen. Nee, die hören uns nicht. Nee, die hören uns nicht. Nee, das ist noch Konga. Okay, Leute, es geht los. Macht euch bereit. Einfach jetzt hier durchrushen. Das schaffen wir. Und die Lore nicht vergessen. Ich bin schon gestorben. Oh mein Gott. Unser ganzes Team ist gestorben. Okay, komm, das war jetzt nicht gut. Wir machen's auch mal. Ja, wir brauchen vielleicht zwei Medics. Okay, den muss ich jetzt doch mal muten. Das ist nämlich echt ein bisschen nervig. Dann kann das Med weg. Was für ein Zufall, dass sie mich alle verstanden haben. So, jetzt läuft sie. Jetzt machen wir die fertig. Die Lore nicht vergessen. Das ist genial. Jetzt wollen sie auch noch scramblen. Was? Was? Ich wurde gesnipert. Oh, das ist so dumm. Das ist so dumm. Also wenn wir das schaffen, dann raste ich aus. Oh, das ist so dumm. Wir haben einen Scout. Scout wechsel zum Heavy. Komm schon. Jaaa. Überpower. Das sind viel zu viele Heavys. Guck dir mal das Team an. Wir schaffen's. Wir haben gewonnen. Super. Geräusche. Wir haben einen Winter. Is das für ein Zufall. Ü thankful. Das war doch immer wieder. Ich bin ein Zufall. Ich bin ein Zufall. Ich bin ein Zufall. Tate, ich bin ein Zufall! Untertitelung des ZDF für funk, 2017